Polyrachistibes aus Asien. In dem Fall aus Thailand, auch selbst gesammelt. Auch in Indonesien waren wir schon, haben die auch dort vorgefunden und naja, jetzt haben die uns immer nach und nach die Tränke hinzugewebt. Soll es halt so sein, dürfen sie aber halten, dachte ich mir. Ja. Und sie haben ihren Spaß dran. Polyrachistibes, sehr aktive, webende Ameisen. Wie man hier sieht, alles zugewebt. Super. Kann man jetzt nichts machen. Sie mögen es auf jeden Fall, also die Tränken. Wir haben einfach Dressingbecher genommen, das habe ich mal in Asien gesehen. Im letzten Video auch schon mal erwähnt gehabt. Und vorne aufgeschnitten. Recht simpel und praktisch. Haben da ein Loch drin und nutzen sie auch genauso als Nest. Die sind jetzt schon komplett zusammen verwebt worden. Auch die Tränken schauen nicht mal besonders gut aus. Die müssen wir auch wieder tauschen. Die werden sehr schnell zusammengewebt. Ist ein bisschen nervig, weil manchmal zieht es dann das Wasser raus. Da muss man dann schauen, dass man intelligent Tränke bastelt. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ein Glas mit einem Lappen, was die Feuchtigkeit rauszieht oder sonstiges. Weil sonst kann es immer sein, dass schnell durch das Wasser rausgesogen wird, durch diese Wirkung. Es schaut jetzt mittlerweile echt utopisch aus. Der Kolonie geht es ganz gut soweit. Polirachistibes lieben Sonne. Also da kannst du mal ruhig rein knallen in der Sonne. Die lieben Hitze. Wenn sie immer Wasser haben, ist es kein Problem bei denen. Bloß Wasser ist halt dauerhaft bei dieser Art wichtig. Deswegen nisten diese auch im Schilf, die Polirachistibes, weil sie ihre Nester in der extremsten Sonne haben und natürlich auch einen dementsprechend hohen Wasserverbrauch. Sonst wären sie mehr unter Hausdächern oder anderen Sachen zu finden in Asien. Aber sie begrenzen sich aufs Schilf, weil ihnen das Schilf auch in feuchten Gebieten vorkommt. Polirachistibes sind mittelmäßige Jäger. Also mittelmäßig bis eher weniger. Ah, mal so zumindest. Bei größeren Tieren tut sie schon mal ein bisschen rummucken. Aber es ist einfach schön mal eine Pflanze einweben zu lassen. Das schaut schön aus. Da könnte man richtig schöne Landschaften gestalten damit. Also richtig urige Landschaften, die richtig zugewebt sind mit Pflanzen vor allem. Mit kleineren Pflanzen, die ein bisschen buschiger sind. Kann ich nur empfehlen. Da kann man sich wunderschön ein Terrarium einrichten. Oh Gott, hier die ganze Baumrinde hier überall zusammengewebt. Und hier unten sieht man auch die ganzen Webstellen. Das ist wie, man könnte schon was sagen wie eine Spinne. Einfach Wahnsinn. Ja, da unten sehe ich ein Männchen. Da sieht man kleine Männchen. Na schön. Danke fürs Zusehen. Das war ein kleiner Einblick über die Polyrachis Divis. In dem Fall aus Asien. Nicht aus China, ganz wichtig. Polyrachis aus China, merkt euch. Haben immer eine Diapause. Ich hatte schon wirklich so viele auch von Händlern bezogen. Und deswegen sammle ich die meistens jetzt selbst. Weil es einfach sinnig ist, wenn die dann irgendwo aus Thailand, Indonesien oder sonstigen Ländern stammen. Sind auch nicht einfach zu finden. Aber haben einfach dort keine Diapause. Sind ein bisschen kleiner. Die chinesischen Polyrachis Divis noch ganz kurz dazu. Sind einfach ein Stück weitaus größer ein kleines. Wobei, die gut für die nächsten Generation werden auch von denen größer. Die Arbeiter, die passen sich gut an. Aber ansonsten haben die chinesischen von den Lieferanten eine ziemlich extreme Diapause drin. Davon ist abzuraten. Gut. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao. Ciao.